Hallo zusammen, mein Name ist Kathi-Karenina. Man kennt mich unter anderem von Instagram und YouTube. Das hier ist Erklärmal und heute versuche ich eure Fragen zur DKMS zu beantworten. Okay, schauen wir mal. Eine Frage von Tatjana G. Ich habe jetzt mein Set nach Hause bekommen, bin momentan mega erkältet. Ist das schlimm oder sollte ich warten, bis ich wieder gesund bin? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal einfach spontan raten und denken, ja, man sollte warten, bis man gesund ist, weil da vielleicht sonst irgendwelche anderen Sachen mitgeschickt werden, die für die Registrierung nicht hilfreich sind oder fürs Labor irgendwie verwirrend sein könnten und irgendwie die Werte verfälschen könnten. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das einen Unterschied macht, um ehrlich zu sein. Macht das einen Unterschied? Sag mal. Nein. Okay. Hier liegst du leider falsch. Da eine Erkältung keinen Einfluss auf die Gewebemerkmale hat, kann man auch erkältet den Wangenabstrich machen. Übrigens, sollte es doch kein Schnupfen sein, sondern eine fette Allergie, ist das ebenfalls kein Problem. Nur wenn es sich um schwere allergische Reaktionen in der Vorgeschichte handelt, müsste die Spendertauglichkeit individuell besprochen werden. Und wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Blutkrebs erfahren wollt, dann könnt ihr einfach hier oben klicken. Wenn ihr euch selbst als Spender bei der DKMS registrieren möchtet, dann klickt ihr jetzt hier unten.